So, Hi! Mein Name ist Stefan. Ich habe gerade ein Paket von 8 Minutes to Structure und freue mich vor euch das aufzumachen. Wir machen ein Unboxing-Video. Das Internet ist ja voll davon. Gucken wir mal. Mit Liebe verpackt. Kommt nicht schlecht. Jetzt kann es losgehen. Voll ausgerüstet, um Gas zu geben. Ich arbeite so ein bisschen im Online-Marketing und in Geschäftsmodellentwicklung und nutze die Style-On-Notes schon seit geraumer Zeit, um Projektpläne zu machen oder Storylines vor allem zu machen für irgendwelche Videos. Das ist einfach eine gute Sache, mit denen, wie man sieht, war ich da schon mal beschäftigt. Einfach sie zu benutzen. Ich habe mir hier was sortiert. Ein paar Aufgaben, die ich noch so zu tun habe, die Woche. Ja, danke Henrik. Danke 8 Minutes to Structure. Jetzt bin ich hier auf 4Set und kann auch vom Team wieder da mit dem Workback richtig Gas geben.